hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge wir nehmen mal heute die zweite folge auf also ihr guckt das dann hier hoffe ich zumindest und lasst uns jetzt fahren ja ich weiß nicht was ich sagen soll es geht von bremen nach hamburg habt ihr bestimmt schon gesehen stopp ja ich soll stopp machen ach ich sollte vielleicht den sound ein bisschen lauter machen 25 so ich hab die ich hab das nicht zugemacht so jetzt kann ich weiterfahren so wir müssen nach links ich hoffe mit dem sound passt alles so er hört dann immer noch mein lenkrad in der letzten folge hatte ich nicht so gefühl dass ihr mein lenkrad gehört habt aber vielleicht jetzt weil ich mein herz ein bisschen eingestellt habe ja komm wird grün ich ich blöcke die ganze straße komm wird doch jetzt grün alter bei der jahre die jahre sowieso grün oh ich hab ein bisschen vielleicht in uns vergeruht das seht ihr aber nicht gott der ist in mich reingefahren alter so klimaanlage ja soll ich vielleicht anmachen ich fahr ein bisschen schief vielleicht ein bisschen fahr ich aber nur schief es leuchtet da also eben gerade ich muss hier rechts ist das rechts ja so er hat fast nicht glaube ich habe hier habe ich zu uns gott oh gott mein so ich möchte mal ein bisschen effekte ne effekte wegen musik das team wenigstens ein bisschen lauter sind so ich hoffe jetzt passt das mit dem sound ich spreche ein bisschen oder ja nach hamburg ja hamburg sind sie richtig ne nach hamburg ja 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 wie viel fahren es wird auch nicht so eine lange folge sein weil muss man gucken ja ist richtig eingesteckt nicht dass ich jetzt irgendwas eingesteckt habe ja ja so sind alle bei mir drin und wenn wir ja 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 so dann fahren wir jetzt mal wie funktioniert das mit dem wlan äh weiß ich grad nicht ich kann ja nicht hier auf der straße einfach anhalten das geht nicht Mein Lenkrad ist wieder gerade so, aber ich fahr trotzdem. Wie funktioniert mit dem WLAN? Ja, ich muss das WLAN noch anschalten. Gut, wir fahren ja mal eben so. Ich muss mal eben gerade fahren. So. Ein, 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 ein. So. Ja, so. So. Jetzt müsste das alles meine Mauer. Ja. Alter, ist das leise, das Sound. So. Nun hört ihr mich wieder nicht, wie im letzten Video. Ja. Bööööö. Oh mein Gott. Alter. Bisschen fahr ich vielleicht auf der falschen Spur. Ja, laber nicht. So, ich hab das ja angemacht. Sind auch nur 160 Kilometer fast. Ja. Ja. Genau. Du willst hier rein. Das kannst du auch in Ruhe. Ah, das ist alles cool. Das leuchtet da so. Das leuchtet da so. Rutschgefahren. Rutschgefahren. Ja, keine Rutschgefahren. Hier. Ist ja egal. Ist ja egal. Ich jetzt erstmal fahre Autobahn. Ich weiß es gar nicht. Rasen Sie eigentlich immer so? Ja. Ich rase. Ist immer so. Ich brauche aber auch wenig Unfälle. Eigentlich. Wenig Unfälle. Ja. So, jetzt lassen wir hier rechts. Links, Mann. Oh, stark bremsen. Ja, gehen wir aus dem Weg. Danke. Ja, man sollte sich generell anschneiden beim Busfahren. Auch wenn du eine Bremse machst. Eine Notbremsung. Wenn du nicht angeschnallt bist, fliegst du nach vorne. Das wäre für den Fahrer auch nicht schön. Fliegt er durch die Scheibe. Beinahe Notbremsung. Ach, ist das schön, mal wieder zu fahren. Alter, dieser Sound. Ich muss das regulieren. Nochmal regulieren. Ja, Mann. Rego, Rego. Ihr wisst schon was. Wie spielen wir das? 13.07 und 15.09 muss ich da sein. Das ist ja wunderschön. 138 Kilometer noch. Oder sieh ich nicht lese richtig. Was steht hier denn? Ah, Hamburg. Da war ich auch schon oft in Hamburg. In Bremen auch. Was war das denn? Ich fahre mal ein bisschen vernünftig. Was war das denn? Felst du halt? Auch da ist ein Auto. Ich fahre mal ein bisschen. Ich fahre mal ein wenig. Ich fahre mal ein bisschen. Ach ist das schön. Ah, ist das schön, das Lied. Nordic ist ja, da wohne ich ja. Ich kann nur nicht erwähnen, aber da wohne ich. Du wirst nicht, wo. Das soll ich auch nicht. Natürlich, vielleicht eine Party, das angucken. Wir wissen, ob ich wohne. Weil die aus meiner Schule kommt. Leider. Oh, ey, macht doch Platz. Oh Gott, was ist das für eine Hupe, Alter? Ja, Sirene ist im Start. Es gibt doch mal Gas. Ja, ey, kann ich auch nichts tun, wenn man was zu lang ist. Es ist breit. Meine Güte. Moment, da geht nicht mehr. Ja, Polizei, unternehmen Sie doch was. Ach. Die Straße ist generell, glaube ich, nur so, ne? Anders ist das Standstrahlung. Glaube ich. Ja. Weil da links wird ja neu gemacht. Ey, jetzt fahr doch. Oh, da ist ein Unfall passiert. Ja, komm. Da brauche ich nicht zu weit nach links fahren. Baue ich da gleich noch einen Unfall. Ach. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Ja, aber ich bekomme Geld. Und so mehr Fahrten, ich mache. So, jetzt sind wir durch hier. Was war das? Äh, nichts. War nichts. Ist schon gut. Oh Gott, da muss ich auch aufpassen. Schön mit 100. Schön mit 100 hier durch. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Äh, nee. Aber auf der Autobahn nimmt man immer eigentlich das Gas mit. Glaube ich. Ach, ist das schön. Hab ich überhaupt Lichter? Ach, ist ja am helllichen Tag. Wollte man trotzdem das Licht anschalten, aber ja, Mann. Ach. Ist es mal schön, Famous-Umblater wieder mal zu spielen. Seitdem ich das letzte... Oh nein, da kommt eine gute Zeit. Vollkontrolle, glaube ich. Seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe, habe ich nicht mehr Famous-Umblater gespielt. Es kommt vielleicht demnächst auch noch Skyblock. Muss ich aber erst gucken. Äh, also Mike auf Skyblock natürlich. Ja, Polizei-Controller. Ach. Ach, wie schön das auch ist. Gucken, ob alles richtig ist, bitte. Führerschein? Ja, ist richtig. Fahrzeugschein? Ja, richtig. Licht? Ist auch richtig. Ja, Warn-Dreieck. Ah, Fahnenweste. Ah, ich hatte die Fahrgäste. Ja. Ist doch alles gut. Ist doch hier alles gut, wo wir eine Pause machen. Ich gucke mal, ob ihr wollt. Wollt ihr eigentlich eine kleine Pause? Hallo, wollt ihr eine Pause? Ich mache hier eine kleine Pause. Du könnt ihr die Gepäck und so nehmen, weil ich, ich hol mir jetzt mal eben was, ne? Ja? Wollt, ja. Ja, ja. Snap gedrückt. Äh, verder reich. Äh, verder reich. Ja, man. Hehehe. Korre. Vier rein. Ich hätte gern... Fünf vervulden. Ja. Wollt, ich bin müde, Alter. Ja. Ich hätte gern bitte was. Ja, gib's nicht toll. Ja, Mann. Ach, hier ein schöner Bus. Ah, ihr wollt keine Pause, dann nicht. Oh, jetzt fahren wir weiter. Ja. Jetzt fahren wir weiter nach Hamburg. Gibt es hier keine Heizung? Oh. Maul jetzt nicht rum, Alter. Wir haben 18 Grad. Ja, hier, so. 28 Grad. Müsste doch... Oh Gott, wo fahren wir denn? Rauf. 28 Grad. Das muss doch lanken, oder nicht? Aber man hat... Ja, wir fahren mal in den Buschränken. Kann man hier vielleicht irgendwo abkürzen, wie in der letzten Folge? Oh, man könnte ganz gut abkürzen, ne? Aber ich komm heute nicht da rauf. Also ich komm nicht... ...auf die Seite. Toll. Oh, das ist ja scheiße. Muss ich so fahren? Ja, geht schon. Boah, 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 boah. Blinker, blinker, blinker. Ach, ist das schön. Hamburg, mal eine Perle. Die wunderschöne Stadt. Ich glaub, so geht das. Weiter brenn ich. Aber Hamburg ist wirklich schön. Ach, also zum Shoppen ist sie schön. Zum Wohnen natürlich, glaub ich, teuer. Ach, wo ich lebe, ist auch alles teuer. Also die Wohnungen, Mieten, alles. Ach. Ach, ist das schön. Mit von meinem einen hier durchcruisen. Bisschen Entspannung. 59, 58 Kilometer noch. 50, ja. Ja, ja. Ah, kommt da was. Schon wieder gehen? Ja, man. Ich glaub, schon bei der letzten Folge. Tausend Meter noch. Ach. Was ist das? Tun wir tausend Meter nach Hamburg? Nee. Hamburg geradeaus. Ja. Hamburg fahr ich vielleicht. Demnächst. Ja, das ist kein Vlog-Kanal. Das kenn ich euch schon mal sagen. Das ist definitiv nicht. Das ist ein Gaming-Kanal. Mit Gaming-Videos. Gamer-Videos. Wie das auch immer heißt. Mit Let's Play. So, vielleicht. So, eigentlich. Kann man das schon Let's Play nennen? Weiß ich grad nicht. Also mit... Mit Minecraft-TTT und so. Weiß ich nicht. Es tut mir leid, wenn ich wieder so leise spreche. Aber ich kann's halt nicht. Hallo, wieso ziehst du rüber? Ich kann's halt nicht ändern. Also. Sonst hätt ihr ja vom Dings nichts. Ist ja auch kacke. 102 Kamer. Hamburg-Urge. Schon wieder gehen. Da ist ein Auto. Ich will hier raus. Ja, das möchte ich auch. Hier verdient man nicht viel. Hallo. Ich hab ein Auto bei mir kleben. So. Jetzt ist es weg. Ach. 27 Kilometer noch. Ach. Wie schön. Wie spät haben wir das in echt? Ah. Hehe. Ach. Ach. Ich guck doch auf mein Navi. Oh Gott. Unfall. 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 Ja, das möchte ich gerne auch, wenn ich einen Unfall geboren hätte. Habe. So. Jetzt einfach geradeaus weiter. Ich glaube, da kommt gerade nichts. Da kommt nichts. Das ist ja gut. 15 Kilometer. 13. Ich kann wieder mein Gläser. Ach. Ich bin zu viel Tür. Ach. Ist das schön. Ach. Ist das herrlich. Spiele mal mit Verkehrsregeln. Ja, jetzt lassen wir hier warten. Nächste Folge spiele ich mit Verkehrsregeln. Achtung. 30er Zone oder so. Das mache ich. Wird auch dann eine bisschen längere Folge. Weil ich eine längere. Oh Gott. Strecke dafür nehme. Das wird dann vielleicht XXL. Fählen muss man leider. Vielleicht. Ich muss gucken. Ach. Was ist das? Oh Gott. Ja, komm. Ach. Ist das schön. Schön zu warten. Ich kann ja schon mal blinken. Ich kann mit dem Aussteigen. Ich kann auch in dem Auto rein. Das konnte man früher. Ja, wie geil. Oh, man darf wieder fahren. Davon mache ich vielleicht auch noch ein Video. Wir fahren sie. Jetzt wird er nicht weiter eingestiegen bin. Ich wollte mich so verarschen. Ja, hallo. Ich wollte mich ganz schnell wieder auf die andere Spur. So. So. Rot, ja. Ich kann doch irgendwie das Fenster öffnen, ne? War mir egal noch rot. Äh, da. Da. So, eins, zwei, so. Ja, jetzt haben wir das Fenster auf. Oh. Ja. Aufwärmgrün. Ja, viel Spaß euch noch. Ja, ihr wolltet das erst. Erst habt ihr gemeckert, dass es zu kalt ist. Dann hab ich 10 Grad wärmer gemacht. Und jetzt meckert ihr, dass es zu warm ist. Ah, da könnt ihr schon wieder kotzen, Alter. Ja, jetzt stimmt hier so, Alter. Wieso ist hier so viel los? Oh, das ist nur für die... Ups. Ja, muss ich mal eben her. Oh, jetzt hab ich den ein bisschen geraumt. Oh, jetzt muss ich ihn aufrufen. Hier kommt weiter, wird doch grün. Äh, der schiebt sich. So, jetzt dräng ich den ein bisschen. Boah, ich hab keinen Unfall gemacht. Alter, bin ich gut. Äh, hallo. Das ist geil, Mann. Das kann man doch nicht. Ach, das ist ja schon eine Hauptbahnhof. Ja, da geh ich vielleicht Samstag hin. Boah, das ist so geplant. Ach, scheiße. Ich muss hier rechts. Oh, Gott. Ja. Ja. Ja, ich hab grün. Das, oh Gott, das ist gut. Ja, geh doch mal aus dem Weg hier. Äh, kann ich dir nicht genau sagen. Na, guck mal, ich hab grün. Ah, ist das schön, eine grüne Ampel mal zu haben. Da muss ich hin. Da muss ich hin. Ach, ist das schön. Und, oh, jetzt zieh mal im Start bremsen, weil ich rechts muss. Ah, ist das schön. Soll ich mal rückwitz anfangen? Nee, vorwärts. Ah, ist das schön. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernwurse sein können. Ja, hättest du mal vorher gewusst, ne? Hättest du echt mal vorher gewusst. Ah, ich will meine Mutter auch mal. So. 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 Ich bin jetzt auch fähig. Hamburg haben wir freigeschaltet. So, jetzt mal ein, ähm, ein Glocken, wollte ich grad sagen. Ja, mein. Äh, wieder auslaufen. Oh Gott, ist das wieder laut. 166 Kilometer. Und ich hab den Dienstag erreicht. Fahrverhalten. Oh ja. Auf der Straße gefahren. Verkehrsregeln. Also. Lenkzeit eingehalten. 100%. Gut. Das war's auch schon mit dem, mit dem Video und die Folge halt, die zweite Folge. Lass ein positiven Abo da. Lass ein, äh, Abo, ja. Positives Abo. Lass ein positiven Abo. Ja. Positiven Like da. Lass einen positiven Kommentar da. Und dann sag ich mal. Ciao. Ciao. Und abonniert meinen Kanal. Mit Glocke bitte. Dankeschön. Ciao. Ciao.